Hallo liebe Leute, wir sind wieder bei einem weiteren Let's Play Constrax Source Nachdem eine letzte Aufnahme aus irgendeinem Grund, komischerweise, abgeschmiert ist I don't know Hab ich mir gedacht, ich mach jetzt einfach nochmal ein weiteres Scam-Game, das ziehen wir jetzt durch Egal, wie lange es dauert Und leide doch schneller Oh, schon wieder so Laberbacken und schon wieder total planlos.de, was ist denn das? Prepare to fight Ö Der Holy Crew Lightning, at the fall please Mhm, 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 mhm Okay, gut, dann sind wir jetzt auf GG Puttums, Puttums Auf dem Gun-Game-Server fast ohne bei THC, klar Für die bleibende Runden 96, GG Oh, what? Das ist ein... Das ist ein... Alter, das ist ein... Alter Sicher gar nichts LOL RTV, bitte Äh... Einer noch RTV Wird ja nur gecampt Ich weiß ja nicht, ob es die taktische Flug ist, die Taschenlampe anzumachen Und dann immer mehr Und dann immer mehr Äh... Äh... Was ist denn das für ein Scheißer, ganz ehrlich? Ich mach mich jetzt tot Und... Das hab ich nicht verstanden Ich hab' ich nicht verstanden Ich hab' ich auch nicht vermutlich Ja, na kleeeer Wolle die MAPs spielen, ja oder Nein, in den Chat Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-t-n Nein Du hast eh noch den MAPs sein Gott sei dank kommt ein ADMIN Wicked, egal, hilft nicht. 4 Nein, ein Ja. Also weg, den Schein. Danke sehr. Alter. Gut, das war's dann erstmal mit dieser Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hab nichts gesehen, hab nichts getroffen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Aber rein und rein. Und rein? Das macht so gar keinen Sinn. Naja. Ciao. Ciao.